33. Spieltag, Kampf um Platz 2, VfB Stuttgart überholt die Bayern. Überraschung, Überholmanöver, VfB Stuttgart erklimmt Rang 2, Bayern zurren die Stiefel zu. Nach einem beeindruckenden Auftritt am 33. Spieltag der Bundesliga hat der VfB Stuttgart den FC Bayern München überholt und sich auf den zweiten Platz der Tabelle vorgearbeitet. Ein unerwartetes Ergebnis, das die Schlussphase der Saison noch einmal auf den Kopf stellt. Der VfB Stuttgart, sehr oft abgekürzt als VfB, siegte über seinen Rivalen mit mehreren Toren Vorsprung, was zu diesem erstaunlichen Vorstoß in der Tabelle führte. Die Schwaben zeigten eine beeindruckende Leistung auf dem Platz und fingen den FC Bayern in der Tabelle mit ihrer gewinnbringenden Strategie ein. Währenddessen konnten die Mannen aus München nicht genügend Punkte sammeln, um den zweiten Platz zu halten. Bereits in der ersten Halbzeit demonstrierte der VfB Stuttgart seine Überlegenheit, indem er einen gesunden Vorsprung gegenüber den Bayern herausarbeitete. In der zweiten Halbzeit konnte die Münchner Mannschaft trotz einiger Bemühungen nicht aufholen. Ihre Niederlage bedeutete, dass sie zum ersten Mal in der Saison von den Stuttgartern in der Tabelle überholt wurden. Bis zu diesem Spieltag hatten die Bayern eine starke Saison absolviert und waren lange Zeit der am höchsten platzierte Verfolger von Liga Primus Borussia Dortmund. Der Verlust des zweiten Tabellenplatzes ist ein klarer Rückschlag für den Rekordmeister. Analysen deuten darauf hin, dass die Bayern in diesem Schlüsselspiel nicht in Bestform waren. Dies könnte eine Folge von Verletzungen, Schwächen in der Aufstellung oder rollenden Wogen innerhalb der Mannschaft sein. Gleichzeitig bestätigte der VfB Stuttgart seine beeindruckende Form und die Tatsache, dass sie diese Saison auf dem aufsteigenden Ast sind. Die Roten haben unter ihrem Trainer harte Arbeit geleistet und beeindruckende Ergebnisse erzielt. Die defensive Stärke und die offensive Kreativität, die sie in dieser Saison gezeigt haben, wurden in diesem Spiel gut zur Schau gestellt. Der 33. Spieltag bestätigte jedoch nicht nur die Stärke des VfB Stuttgart, sondern brachte auch die Schwächen des Bayern München hervor. Die Bayern haben in den letzten Wochen eine Reihe von unerwarteten Niederlagen hinnehmen müssen, die Fragen zur zukünftigen Leistung des Teams und den Plänen des Managements aufwerfen. Darüber hinaus lässt der Vorstoß des VfB Stuttgart auf den zweiten Platz die Frage aufkommen, ob die Mannschaft in der Lage ist, ihren derzeitigen Erfolg fortzusetzen und vielleicht sogar den Spitzenreiter der Liga, den BVB, zu stürzen. Mit nur einem Spiel bis zum Ende der Saison werden die Fans des VfB Stuttgart zweifellos hoffen, dass ihr Team seinen Lauf fortsetzen kann. Trotz der jüngsten Niederlagen kann der FC Bayern München immer noch als starker Konkurrent gewertet werden. Obwohl sie den zweiten Platz an Stuttgart verloren haben, ist es noch immer möglich, dass sie mit einer starken Leistung in ihrem letzten Spiel, möglicherweise kombiniert mit einem Ausrutscher von Stuttgart die Rangliste umdrehen könnten. Im Großen und Ganzen hat der 33. Spieltag der Bundesliga eindeutig gezeigt, dass im Fußball nichts sicher ist, besonders wenn sich die Saison dem Ende neigt. Dieser Spieltag hat die Fans mit mehr Wettbewerb, Spannung und unvorhersehbaren Ergebnissen verwöhnt und unterstreicht erneut, warum die Bundesliga zu den besten Fußball-Ligen der Welt gehört. Insgesamt beweist die unerwartete Wende in Form des Aufstiegs des VfB Stuttgart auf Platz zwei, dass die Fußball-Bundesliga eine der unberechenbarsten und aufregendsten Ligen im globalen Fußball-Szenario ist. Mit dem Endergebnis, das bis zum letzten Spieltag der Saison noch immer nicht feststeht, haben die Fans definitiv etwas, um nach vorne zu schauen. So oder so, es steht außer Frage, dass sowohl der VfB Stuttgart als auch Bayern München ihre jeweiligen Stärken zur Schau gestellt haben und es sicherlich eine spannende Abschlussveranstaltung in der Bundesliga sein wird. Ob Stuttgart seinen Lauf fortsetzen und den zweiten Platz halten kann oder ob die Bayern sich erholen und ihren Platz zurückerobert, bleibt in der letzten Spielrunde abzuwarten. Autor Anita Farke, Samstag, 11. Mai 24. Amnestylar 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 Amnestylar